So, jetzt geht es weiter mit den Amnesty News, den Nachrichten aus aller Welt und aus Deutschland. Pakistan. Blasphemie-Gesetze werden in Pakistan häufig instrumentalisiert, um falsche Anschuldigungen gegen religiöse Minderheiten und andere Personen zu erheben. Beschuldigte werden oft bedroht oder getötet. Dies dokumentiert der neue Amnesty-Bericht As Good As That, The Impact of the Blasphemy Laws in Pakistan. Personen, denen in Pakistan Blasphemie vorgeworfen wird, können ihre Unschuld kaum beweisen. Beschuldigte können von der Polizei sofort festgenommen werden, ohne dass Fakten überprüft wurden. Im Falle einer Anklage kann den Betroffenen die Freilassung gegen Kaution verweigert werden. Außerdem drohen lange und unfaire Gerichtsverfahren. Auch ohne Polizeieingriff wird den Betroffenen häufig Gewalt angedroht. Einzelne Personen oder Gruppen fühlen sich berechtigt, Selbstjustiz an Beschuldigten oder ihren Angehörigen zu üben. Die Betroffenen werden bedroht oder sogar getötet. Blasphemie-Gesetze werden gegen die schutzbedürftigsten Gruppen der Gesellschaft eingesetzt. So zum Beispiel gegen in Armut lebende Menschen, Personen mit geistigen Beeinträchtigungen und Angehörige religiöser Minderheiten. Laut einer Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs Pakistan basieren die meisten Blasphemie-Fälle auf falschen Anschuldigungen und werden aus niederen Beweggründen zur Anzeige gebracht. Diese Beweggründe werden von den Behörden nur selten untersucht. Es handelt sich um berufliche Rivalitäten, persönliche Auseinandersetzungen, religiöse Streitigkeiten oder die Hoffnung auf wirtschaftliche Vorteile. Am 8. Mai 2014 wurde der Menschenrechtsanwalt Rashid Rehmann in seinem Büro von zwei Unbekannten erschossen. Rehmann vertrat Menschen in Blasphemie-Fällen vor Gericht. Einen Monat zuvor wurde Rehmann vor Gericht öffentlich bedroht. Die Personen, die ihn im Gerichtssaal gedroht hatten, wurden von der Polizei nicht vernommen. Der 68-seitige Bericht ist auf der Homepage von Amnesty International zu finden. Philippinen Der Drogenkrieg des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte hält weiterhin an. Seit seinem offiziellen Befehl im Juni 2016 gab es mehr als 15.000 Festnahmen und 3.500 Tote durch Polizisten und Todesschwadronen. Ein Großteil der Tötungen fand während sogenannter By-Bust-Operations statt. Diese Polizeirazzien laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Zivilfahnder stürmen eine vermeintliche Drogenhöhle. Kurze Zeit später liegen mehrere erschossene Männer am Boden. Angeblich hätten die Opfer die Polizisten mit Waffen bedroht. Als Beweis werden Fotos präsentiert, auf denen die Toten mit einer Pistole und einem Tütchen Crystal Meth abgebildet werden. Die gefährliche Droge dient als Aufputschmittel gegen Hunger, Müdigkeit und Schmerzen. Auf den Philippinen sollen mehr als vier Millionen Menschen der Droge Crystal Meth verfallen sein. Außerdem wird das philippinische Parlament in Kürze über Gesetze abstimmen, die die Todesstrafe auf dem Inselstaat wieder einführen. Die Abstimmung war eine Initiative Dutertes. Berlin Markus N. Beko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, äußerte sich zu dem Anschlag in Berlin am 19. Dezember 2016. Amnesty International verurteilt den furchtbaren Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Es gilt jetzt der Gewalt und dem Hass, Solidarität und Rechtsstaatlichkeit entgegenzusetzen.